moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal ja allen die dieses jahr noch nicht reingeschaltet haben frohes neues jahr ich hoffe ihr seid gut und gesund rüber gekommen ja und ich freue mich dass ihr auch in diesem jahr wieder einschaltet heute gibt es auf meinem kanal meinen beitrag zu einem kleinen pass around dieser wurde ins leben gerufen von fred prana und brandner's homestyle ganz liebe grüße raus an die familie brandner und auch an in fred ich freue mich wirklich sehr dass ich teilnehmen darf denn ja einige werden es wissen ich habe ja so eine kleine vorliebe eine kleine leidenschaft für die französischen taschenmesser das war für mich ja auch damals der neustart in die messerszene der begann halt mit einem laiol ja vor mir ausgebreitet auf dem tisch könnt ihr sehen von der firma o sabo das sortiment regionaler taschenmesser das dort im hause hergestellt wird und das reicht dann tatsächlich unten von den korsischen messern wie dem vendetta oder dem amiku hoch bis zu dem jatagan über die alpen bis ins elsass ganz ganz tolle sache vor allem ist das ein sehr interessantes sammelgebiet für leute die vielleicht nicht das große budget haben aber doch sagen sie möchten sich vielleicht ja bei hand gemachten taschenmesser auch wenn sie dann etwas rustikaler daherkommen ja eine kleine sammlung aufbauen ich weiß jetzt dass die preise bei diesen messern bei uns in deutschland schon bei knapp über 20 euro losgehen das wäre zum beispiel hier das code passant der fischschwanz das liegt bei 22 23 24 euro und ich glaube selbst die teuersten sind noch deutlich unter 100 euro das heißt hier könnt ihr euch dann tatsächlich auch mit einem schmalen budget mit und mit eine kleine sammlung von wirklich charakter starken taschenmessern aneignen hier und heute soll es um das modell lalpa gehen also das alpin und das eigentlich in der ja in dieser serie luxus ausführung mit bockote holzgriff schalen ich weiß nicht ob der rest auch noch vermerkt ist es ist das modell schneeflocke das video von prana von fred ist gerade vor 45 tagen erschienen ja ich hoffe ihr habt es alle gesehen falls nicht werde ich es unten verlinken schaut unbedingt mal rein deswegen freue ich mich dass ich jetzt so relativ kurz danach schon mit meinem video nachlegen kann kommen wir direkt mal zum beinamen schneeflocke ihr seht wir haben hier eine einleger arbeit in form einer schneeflocke das könnte auch eine sonne sein das ist jetzt in dem fall die schneeflocke das ganze in diesem wunderschön aufregend gemaserten bockote holz sehr sehr schön die griffschalen wurden wunderbar angepasst wir haben so gut wie keine spalte zwischen der rückenfeder und den platinen auch nicht zwischen platinen und holz ganz minimal vielleicht aber das liegt dann einfach vielleicht auch daran dass das holzen natürliches material ist und nie 100 prozent perfekt daher kommt die griffschalen sind verpinnt die pins sind wunderbar runter geschliffen das fühlt sich alles ganz ganz gut an richtig prima der abschluss der rückenfeder hinten wunderbar auf den ersten eindruck richtig prima verarbeitet preis dieses messers liegt bei knapp über 60 euro und das finde ich für das gebotene absolut hervorragend die schneeflocke gibt es noch in ebenholz wenn ich das richtig im kopf habe zum exakt gleichen preis wie diese version in bockote es gibt die schneeflocke glaube ich noch in der dritten version die ist ein bisschen günstiger und wenn ihr sagt ihr könnt auf die einlegerarbeiten verzichten dann gibt es das auch noch in der plane version ich glaube ab knapp über 40 euro und da muss ich ganz ehrlich sagen da bekommt ihr wirklich ein hoch taugliches kleines taschenmesser für jeden tag klein ist relativ immerhin kommen wir auf eine gesamtlänge von 19,5 zentimetern davon sind etwa 9 zentimeter klinge 8,4 vielleicht 8,5 scharf und 10,5 zentimeter griff länge wie ihr sehen könnt haben wir eine geochage auf der rückenfeder nicht ganz durchgehend aber sehr schön regelmäßiges muster etwas moderner ausgeführt und eine sehr typische geochage auch auf dem klingenrücken die klinge verfügt über eine ganz leicht angedeutete swedge der anschliff ist sehr fein wir haben einen flachschliff man kann jetzt nicht sagen dass er auf null ausläuft aber er läuft schon sehr fein aus wir schauen gleich mal genau wie fein das ganze messer wiegt laut hersteller 89 gramm auch das werden wir gleich noch mal überprüfen und der verwendete stahl ist wie so oft bei den französischen messern 12 c 27 sandweg haben einen half stopp der funktioniert ganz wunderbar klinge wird über die feder prima im heft gehalten wir haben recht starke rückenfeder ich würde die stärke somit 6 bis 7 einschätzen allerdings glaube ich dass ich dieses messer noch ein bisschen einspielen wird hinten wird es dann ja das material wird sich ein ganz klein bisschen glatt schleifen und dann wird das öffnen und schließen dann ganz klein wenig leichter vonstatten gehen die handlage dadurch dass der griff so geradlinig ist es wirklich hervorragend für meine hand muss ich jetzt ganz klar sagen kürzer hätte der griff nicht mehr sein sollen hammer grip füllt meine hand den griff komplett aus ich kann mich erinnern der dennis von fuver forest films hat das lalepin auch mal vorgestellt ich glaube der hatte noch ordentlich platz auf dem griff wenn ich das messer locker greife ist der griff auf jeden fall vollkommen ausreichend allerdings halt es ist kein riesen messer 19,5 cm ist nicht gigantisch groß alles in allem muss ich sagen hat das lalepin eine sehr attraktive form durch den griffabschluss hinten hat man das gefühl das messer immer sicher in der hand zu halten die klinge erinnert ein wenig an kleinere lajol modelle bin ich ja wie gesagt ein riesen fan von alles in allem ist das ein hoch attraktives taschenmesser das mir wirklich sehr gut gefällt die geochage hat gleichzeitig noch den nebeneffekt das ist ja wie eine art kleines jimping auf dem klingenrücken wirkt es gibt ein klein bisschen mehr traktion wenn ich also mal mit dem messer schnitze und ja detaillierte irgendwo zugange bin weiß ich nicht vielleicht zum zeit vertreibt mir irgendwo ein löffel schnitze oder so ja das sollte mit diesem messer wunderbar funktionieren zumal wie gesagt die klinge sehr schön fein ausgeschliffen ist schauen wir uns mal ganz kurz an dies mit den 89 gramm bestellt ist oftmals ist es ja so dass der hersteller von einem bestimmten modell ausgeht und dann bestimmte holzorten halt einfach ein bisschen schwerer daher kommen oder auch mal ein bisschen leichter hier mal 87,2 durchaus im bereich des möglichen dass es tatsächlich ein bisschen leichter ist als die angegebenen 89 gramm wir haben eine klingen stärke hinten an der basis von knapp drei millimetern 2,94 2,95 mm klinge verjüngt sich natürlich zur klingenspitze hin schauen uns den anschliff an immer mittig gemessen kommen wir hier auf ein wahnsinns wert von 0,24 0,25 mm hinter der phase das ist es was ich an den französischen taschenmessern so liebe du kaufst ein relativ günstiges messer ist es trotzdem super schön super fein ausgeschliffen das ding ja das ist halt ein brotzeit taschenmesser ein rucksack taschenmesser eins für die wanderung für den für die pause zwischendurch und wenn du dir damit deinen apfel schneidest eine kleine mahlzeit zubereitest das wird mit diesem messer einfach die reinste freude sein also ja großartig wirklich großartig ich bin geneigt zu sagen für den aufgerufenen preis von knapp über 60 euro wird man in der klassischen taschenmesser ecke der handgemachten messer egal ob deutschland frankreich you name it europäische fertigung wird man nicht viel besseres finden als dieses l'alpin von osabeu kleine anekdote noch ich habe an heiligabend mit achim wirtz geschnackt und er sagte was er sich noch wünschen würde wären l'alpin mit einer klinge von 12 13 cm mit der man dann auch ja bei der essenszubereitung richtig was anfangen könnte witzig deswegen weil er nicht wusste dass ich zu diesem zeitpunkt gerade dieses messer mit der post nach hause bekommen hatte und ja war dann ich kriegte dann erstmal das grinsen nicht aus dem gesicht hat dann gesagt ja achim du rätst nicht was ich gerade zu hause ab ist es zwar nicht so groß wie du es dir wünschen würdest aber ich kann bestätigen dass es ein hochtaugliches taschenmesser ja mit dieser kleinen anekdote möchte ich möchte ich auch bewenden lassen für heute ganz lieben dank an den fred dass ich teilnehmen durfte ganz lieben dank an die firma brandner homestyle dass ihr uns dieses messer zur verfügung gestellt habt für einen kleinen passaround das hat wirklich freude gemacht euch allen danke fürs zuschauen ich wünsche euch einen wunderschönen tag wunderschönen abend wann immer ihr das video schaut und ich sage wie immer wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin